Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren und letzten Teil allerdings von meiner kleinen Aufnahme von Pokémon Techniques auf Nintendo Switch auf einen Wunsch von Tobias Balza. Jetzt habe ich dich schon zum dritten Mal erwähnt. Und ja, und wehe, ich habe keinen Like zu jedem Video, wie du es gesagt hast. Ansonsten müssen wir echt mal gegeneinander kämpfen. Okay, wir bleiben mal beim Macho Mai. Es lief bis jetzt eigentlich wie bei zwei Teile ganz gut. Immer zwei Siege von drei Kämpfen. Gut, jetzt im letzten Teil hatten wir zwei Mengen gegen Zen gewonnen. Trotzdem zwei Siege von drei Kämpfen. Also, wir bleiben mal Macho Mai und machen den nächsten Kampf. Schauen wir mal, ob es noch weiter so gut läuft. Und schon wieder mal einen Kommtkampf. 204 Siege mal mir. Wahnsinn. Ich steigere mich. Ein Kommtkampf kommt nicht mehr zum Kämpfen. Und man findet schon den nächsten. 130 Siege aus Frankreich. N-G-R-G-T. Süß, nicht? Mit Turtag. Aufstiegsrunde. Welche Gruppe war er? C5. Okay, da kennt er sich mit dem Turtag auf jeden Fall gut aus. Zwei Kraft-Pokémon. Mal gucken. Beide relativ langsam. Ja, toll. Ist sehr langweilig. Ist es dein Ernst? Ey, das ist doch kacke. Ich kann mit Macho Mai, da komme ich nicht so weit. Da komme ich nicht durch. Hat doch gar keinen Sinn. Nee, der Kampf war echt nicht schön. Totlangweilig, falls du mich verstehen kannst. Du bist ein extremer Loser, wenn du nur so spielen kannst. Was? Das hat nichts mehr mit Können zu tun. Das ist einfach nur ein Loser, der einfach sonst nicht weiterkommt. So, nächster Kampf. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir einen ehrlicheren Kämpfer. Wen haben wir jetzt? Boah, nicht schon wieder. Kriegst du doch nur wieder in dieser Lage mehr. Brauche ich einen schon direkt was machen oder sowas? Hat doch gar keinen Sinn. Wir gehen direkt hin. WDR mediagroup GmbH Ich weiß nicht, ob ich heute noch was dazu sagen soll. Fängt ja schon wieder an. Ey, wenn ich noch einmal gegen ihn kämpfen muss, ey. Schade, dass man keine Kämpfer melden kann. Wehe, das ist noch einmal dasselbe. Dann raste ich aus. Okay. Italien, 445 Siege mit Impulieren. The Gentleman. Okay. Na, ich habe hier wenigstens mal eine Chance. Wir haben bestimmt auf jeden Fall mehr eine Chance als bei dem einen. Loser. Okay. Oh. Okay. Okay. Das war's für heute. Nein. Hm. Da gegen die haben ich schon mal mehr eine Chance, als gegen die anderen da folgen. Das macht schon wieder mehr Spaß, auch wenn ich verliere. Das war's für heute. Nein. Na, toll. Aber The Gentleman ist ein guter Kampf. Klasse gemacht. Lieber Tobias Balzer, falls du selber mal irgendwann mal das Spiel hier haben sollst, hoffe ich, dass du nicht so scheiß Gegner kickst wie ich hier am Anfang eben gerade. Im ersten und zweiten Kampf, wobei ich das nicht als Kampf gesehen mehr gelten kann. Hier suchen wir jetzt natürlich noch einen weiteren Kämpfer, ist ja klar. So, nächster Kampf. Wen finden wir? Wen haben wir? Wen dürfen wir auf die Brezel hauen? Neuer Herausforderung. Macho Mai. Aus Spanien. Frano Toto. 46 Siege. Macho Mai gegen Macho Mai. Welcher Stärker? Wir werden es dann wohl gleich erfahren. Im Vulkan Force. Oh, ich bin halb grün. Okay. Sehe ich ja schon fast aus wie Hulk. Ja, Pokémon haue ich es unter Witz. Oho. Wie es aussieht, ist es sehr stärker. Oho. Frano Totten, immer nur lang saniert. Bitte. Ich bin auch Neuanfänger. Naah! was jetzt los was ist mit einer interne verbindung das kann sie mir doch jetzt nicht antun ich war noch kurz davor na toll man ich war kurz davor zu gewinnen das ist ein echt blöder teil hier für pokémon tech dex die grad zwei mal gegen so ein loser der immer nur dasselbe macht dann ein guter kampf den software aber das war ein guter kampf und jetzt sowas als hier ist irgendwie der wurm drin ein kampf versuchen wir jetzt noch mit macho mai das war es dann aber das kann ich jetzt nicht dabei stehen lassen ich weiß gar nicht ob ich jetzt dafür jetzt eine niederlage mehr habe was kann eigentlich sein wenn man eine bestrafung kriegt das krieg mal eigentlich angezeigt so gesehen habe ich keinen sieg keine niederlage dazu bekommen aber dafür mein gegner der hat eine niederlage bekommen lightning man kann aus england 6 50 mit vokario im geisterhaus verlassenes altes anwesen ah das ging doch ganz gut vielleicht kriegen wir doch noch mal ein sieg dazu wenigstens zum abschluss noch mal er hat echt nur darauf gewartet ist meine einen block weg macht na gut das hat jetzt noch nichts zu sagen ha ok Sehr schön. Punkt 15 Minuten. Wir sind durch. Na, wenigstens noch mal einen Sieg zum Abschluss geholt für diesen Teil, der irgendwie so ein bisschen komisch war. Also, ich weiß nicht, was los war. Aber, okay. Fassen wir mal zusammen. Wir haben gegen zwei Loser gespielt. Okay, es war nur ein Loser, aber zweimal. Dann gegen einen guten Kämpfer mit dem Poleon, der Gentleman war das. War ein guter Kampf. Auch wenn ich verloren habe. War gut. Hat Spaß gemacht. Verlieren jetzt nicht unbedingt, aber hat Spaß gemacht. Und, ähm... Ja, was soll ich sagen? Jetzt eben gerade hier zum Schluss nochmal diesen einen Kampf, den ich wenigstens gewonnen habe. Und dazwischen noch dieser einen Kampf, der leider unterbrochen wurde mittendrin. Dabei lief der so gut vorhin. Aber gut, okay, da steckt man ja nie so drin, welche Interherverbindungen die anderen Leute haben. Aber gut. Lieber Tobias Balzer. Ich hoffe, du hast dich gefreut über diese drei Teile, die ich dir jetzt da geboten habe. So gesehen. Vorgestern, gestern und heute. Und, äh, am Wochenende, wie gesagt, kommt ganz auf meine Freundin drauf an, ob ich zocken kann oder nicht. Und dann wirst du vielleicht auch ab Samstag noch weiterhin Teile sehen können. Mal gucken. Du wirst dich bestimmt freuen und vergess deinen Daumen oben nicht. Du hast es mir versprochen. Okay. Und ihr anderen Leute, denen es euch gefallen hat, ihr dürft natürlich auch liebend gerne einen Daumen oben geben. Würde mich auch drüber freuen. Und auch ein Abo, falls ihr neu bei mir seid, dann auf jeden Fall herzlich willkommen. Und ja, das war Pokémon Tekken Dx auf Nintendo Switch mit mir von Löwe Gamebless als Hobby. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal hier drin. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Alles klar. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe Frühschicht morgen früh. Wir haben jetzt halb elf. Auf geht's. Tschüss. Tschüss.